Hallihallo, Hallöchen! Hier bei Hildegards Gastalk auf Necrums Channel. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zum Spiel Feuerholz sammeln. Nein, nicht ganz, aber das scheint ja jetzt gerade die Aufgabe zu sein. Schauen wir mal, ob drei reicht. Yay! Wieso sind wir jetzt eigentlich genau wieder hier bei dem Lagerfeuer gelandet? Ich weiß es nicht. Hm, die Karte. Ich hatte ein paar historische Kopien. Mal sehen. Hm, komm mal, Mann. Der letzte Krieg. Ich brauche dich jetzt. Okay, wir müssen das jetzt rotieren. Also Nick ist ja irgendwie stiften gegangen und wir haben diese Karte gesehen. Und wollen das jetzt übereinander legen. Ach, da gibt es verschiedene. Jetzt habe ich gerade gedacht, die kann ich doch so aufdrehen, wie ich will. Das wird nicht passen. Die da auch. Die da auch. Die da könnte es sein, oder? Das ist sie doch, oder? Ah, nee. Da fehlt noch so eine Mini-Insel. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Also das muss es doch sein. Ach, Space to Comp... Entschuldigung, habe ich nicht gelesen. Ha! Of course! Here it is! Yay! Was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Na toll. Sackgasse. Sackgasse. Was haben die denn alle für komische Augen? Und... Oh! Wo muss ich denn... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh! Wo muss ich denn hin? Hallo? Hier nicht, okay. Oh nein! Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oder muss ich einfach nur überleben? Oh! Um Himmels Willen! Jetzt hat er jetzt ein paar Versuche gebraucht. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Von der Schreitung, in den Bäumen. Wie denkst du? Was hast du hier gemacht? Ich habe das Gefühl, dass... Ich glaube, in einem bestimmten Sinne... You were right. I... Oh! What the hell? I'm in a bad way. I've crossed the line. Please, let's get out of here. I've done something stupid. Maybe I'm not aging physically. But all the same, I'm... older somehow. Oh, these people. I gunned down the entire village. Do you understand? Nick, what have you done? You were running around like an idiot in your unloaded pistol and shouting that you could kill everyone here. And then you fell over, hurled, and passed out. Everything's fine. Don't worry. What? Oh, this is the village where that bard was. I remember the market. Yeah. It seems it wasn't that far from the legendary place. My god, I need to stop drinking. I know where the book is. What? I found a map and matched it with some documents I already had from our situation. We need to get to that island. So... What are we waiting for? Wait. Promise me that you'll never kill anyone around me ever again. I promise. Then we need a boat. Do you know where to get one? What a question. We're already at the sea. Wow. Okay. Von der Schießerei direkt aufs Kot. Schauen wir mal. Wie viele... Wie viele Versuche ich wohl hier brauche? Oh. 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 Oh Gott. Also so eng war ich doch gar nicht dran. Neuer Fahrt, neuer Fahrt. Neuer Fahrt, neuer Fahrt. We'll head there. Where did you get a map? It was right under our feet after the labyrinth. It was a war. How do you know what's accurate? Why else would it be there? Do you have any other suggestions? No. Let's just hope you're right. Ah, es macht Spaß. Oh Gott, wird es schnell. Heide nein. Heide nein. There's only one mark on the map. Let's head there. By the way, do you have a cigarette? No. I don't smoke. Every time I get to the third day, I start craving a cig. It's frustrating. What's the smoking situation in your time like? Lots of people smoke. Probably just as many as in your time. Your world sounds alright to me. I'd like to come and visit. See what it's like. I'd order a lady and some food. What more could you want? Look, ships. These must be the same Vikings that sailed here with the Saint merchant. What are they doing here? Grab them. I don't know. But get your Excalibur ready. Come on, man. I've never taken on one of you before. Don't get standing here. You will not kill them. Oh, oh, oh. 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 Wieso dreht er sich denn weg? Wie kann man denn nochmal den denn? Fokus nehmen, verdammt. Okay. Er hatte mit seiner Axt keine Chance gegen meinen Holzstock. Und er wird auch keine haben. Na komm schon, den einen werden wir doch noch schaffen. Komm schon, Nick. Sehr gut. Als hätten sich die Wikinger von uns vermöbeln lassen. Oh, da kommt Nachschub. Okay. Äh. Nein. Und nochmal. Einfach draufknüppeln. Das ist ja fies. Oh, es hängt. Nein. Na komm schon. Ach Mann. Schlag doch. Ja. Leute, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Oh, kill me! Oh, you're almost scared! So, diesmal war's gut, okay. Wer zuerst zuckt, verliert. Mach mich doch nicht so irre. Mit deinem Gezappel. Halleluja. Ja, nächster. Nicht mich einkreisen, das ist unfair. Nein, schlecht. Ganz schlecht. Lauf doch weg. Nein. 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 Okay, okay, so nah war ich noch nie dran. Diesmal klappt's. Okay, okay. Jetzt bloß nichts mehr falsch machen. Bitte keine dritte Runde danach. Oh Gott, hab ich das oft probiert. Wieso hat er da einen Spächer in der Hand? Was hat das mit dem Bienenaufschicht? Also Alex hat wohl leichte Bedenken, was die Nutzung dieses Buches angeht. Wieso soll ich jetzt da reingehen? Okay, diese Hölle begann gestern. Nur diesmal ohne François. Sie haben ihn letzten Monat getötet und ich war ziemlich sicher, wenn der Zyklus von vorne beginnt, dann wird er wieder da beim Fluss sein. Aber zu meinem Entsetzen habe ich festgestellt, dass ich allein aufwachte und er war nicht da, so wie es zuvor immer, so wie ich es gewohnt war und Monat nach Monat, Jahr nach Jahr und der Schreiber sagt hier was und der einzige Ausweg aus diesem endlosen Albtraum ist der Tod. Gut, scheinbar. Gott, vergib mir. Ich kann das hier nicht mehr ertragen. Okay, I am ready to risk, there is no other way out. Okay, ja. Muss man hier sagen Triggerwarnung? Also scheinbar hat er sich umgebracht, weil er dachte, es gibt keinen Weg hier raus und scheinbar waren schon mehrere Leute an der Stelle. Und auch mehrere Leute in diesem Kreislauf. Kreislauf, nicht Zyklus, Kreislauf ist schöner. So, was warst du da? So, was warst du da? So, was warst du da? Ich bin total confused. So, was warst du, wo wir uns kommen? Wo wir uns kommen? Lithic Age, zu unseren Ancestors, die haben nur gelernt, wie wir uns benutzen. Oh, ich wollte gucken, was auf dem Fass liegt. Wie gemein. Ich gucke jetzt trotzdem noch. Ein Ring. Eingesackt. Okay. Carefully and slowly. Ich habe aber eher das Bedürfnis, hier drüber zu rennen. Was machen wir da? Nicht. Okay. Ich hätte auf ihn hören sollen. Muss ich den Ring jetzt nochmal sammeln? Ja. Was auch immer. Den könnte man aber auch leicht übersehen. Oh, Pilze. Ja, egal. Brücke. Carefully and slowly, hat er gesagt. Okay. Okay. Das war fast zu einfach bis jetzt. Ja. Hätte mich doch gewundert, wenn ich nicht nochmal gestorben wäre. Hier schnappen wir uns den Ring. Irgendwann geht's los. Die Frage ist nur, was habe ich gerade falsch gemacht? Das ist ja nicht schneller rennen kann. Er sagt doch nur, Mann. Stop. Please don't speak so much. I'm begging you. Keep going. Steady. Steady. Now go. Please don't shake so much. Look. Okay. Woo. Woo. Ah. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ehrlich. So, Dele. Ich erspare euch meinen Lernprozess. Aber jetzt schaffe ich es in einem Stück. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Steady. Steady. Now go. Ja, es hat durchaus einen leichten Stressfaktor. So. Please don't shake so much. Diesmal schaffe ich es ganz. Jetzt ist es nicht mehr weit. Nichts. Oh Gott. Wenn ich jetzt zum Schluss noch verkackt hätte, das hätte mich richtig geärgert. Das ist wieder eine ganz wunderbare Gelegenheit, diese Folge zu beenden und in die nächste zu switchen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitfiebern und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut bei Lieber. Bis dann, ciao, ciao.